So, das Problem, das wir jetzt haben, ist folgendes. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja! Das ist jetzt folgendes, dass wir auch... Ich kann es mal kurz zeigen. Überall angegriffen werden von Stimmentürmchen. Sie greifen an. Der Tag der Abrechnung. Den kriegen wir aber vielleicht so dauernd, ohne dass wir da überhaupt eine Einheit verlieren. Den müssen wir auf jeden Fall... Die Motte müssen wir zerstören. Nochmal so ein bisschen gucken, was uns hier erwartet. Leuchten Steine. So, was wir eigentlich brauchen, ist eine Schießanlage. Wir müssen... 29 Stück, ey. Ob deine Jungs und du frei bekommen... Weiß ich noch nicht. Wir brauchen Geld. Jetzt habe ich hier hinten wahrscheinlich gerade Geld ausgegeben, ne? Und da kommen schon die Nächsten. Ja, Herr. Verteilt ich euch. Ihr werdet angegriffen. Ach, unser Kundschafter. Für euch doch immer. Könnt doch nicht einfach unseren Kundschafter angreifen. Ja, ja. Ja. Gern. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir befehlt. Seid unbesorgt. Wir brauchen hier doch Kundschafter. Wir brauchen Kundschafter. Scheiße, es kostet alles Geld. Alles kostet Geld, ey. Wir kümmern uns darum, ja. Wie ihr befehlt. Heureka! So soll es sein. Ja, 50 Taler. Das hätte uns jetzt ordentlich viel gebracht. Ergreift sie! Attacke! Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Zahltag. Wo sind denn die Pferde hin? So soll es sein. Was wir jetzt nämlich machen müssen. Wie ihr befehlt. Ja! Das müssen wir. Attacke! Das kann ich. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Sofort. Ich hätte gern so einen Held, der so einen Turm kurze Zeit rausschalten kann. Ja, Herr. In Ordnung. Für Ruhm und Ehre. Feinde haben einen Held attackeiert. Oh, scheiße. Der sammelt da gleich ein Vollrein. Einen kickt er noch hin, ne? Nein. Ergreift sie! Seid unbesorgt! Yes. Ergreift sie! Hier kommen nämlich wahrscheinlich Einheiten raus, die uns an der Brücke angreifen. Off in den Kampf! Er hat sich festgebackt. Auch schön. E29 Leute. Was soll denn das? Ah, 200 Tal-Eyes. Kann man eigentlich nicht machen. Da ist mir ein Kundschaft der R-Wert. Sofort. 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 So. Aber man soll sich ja nicht hetzen lassen, ne? Wieder befehlt. So, ihr drei. Hier hin. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Seid unbesorgt! Ich hab's getan. Ich bin ein schlimmer Finger. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Jawohl! Ja, unsere Freunde, unsere Arbeiter grinsen sich einen ab. Die sollen mal grinsen. Oh, ich würde gerne mal was ohne Tal einwickeln, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. Lehm und Stein. Komm. Und dann erhandeln wir uns ein paar. Das Gute ist, je mehr Brücken wir zerstört haben, je mehr... Äh, je weniger natürlich, je weniger Wägelchen kommen an. Ja. Jawohl. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Und das hat funktioniert. Tja, eine Elfe oben im Baum, so soll es sein. Tja, eine Elfe oben im Baum kann vorkommen. Ausbau abgeschlossen. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es ist noch obdachlose Simpler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, auf hier 2.000 Holz. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll ich gerade nicht sein. Kein Geld, sondern nur Dinge, die wir haben, die wir besitzen. Wie Holz und Stein und... Ja, Stein geht so. Doch, Holz, Stein und Leben geht alles. Wunderbar. Eisen ist ein bisschen mau. Kriegen wir aber auch. Geben wir aber auch ständig aus. Es ist schon wieder Zahltag. In welchen verrückten Zeiten wir leben. Ja, in Ordnung. Unser Dieb lebt immer noch. So, ein bisschen vorwärts können wir noch. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das können wir auch machen. Wir besitzen ja so beides. Und die bleiben hoffentlich hier stehen. Freunde, wenn nicht, ne? Das ist aber zappenduster. Obwohl, die schießen ja aus der Ferne auf die Türme, ne? Joa, das sollte kein Problem sein. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Sofort. Sofort. Und da können wir uns mal drum kümmern. Seid unbesorgt. Ach, warte mal. Wo ist eigentlich... Das kann ich. Ja, mein Herr. Gerne. Den hab ich ganz vergessen. Gerne. Den brauchen wir dringend. Jawohl. Das kann ich. Aber sicher. Kampfmusik. Kämpft niemand? Wir sind noch bei 29 Lieferungen. Ein gutes, gutes Zeichen. Fertig. 26%. Es ist Zahltag. Ich hab getan, was ihr wolltet. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Nein. Ich habe nämlich keins. Ach, komm. Ach, der arbeitet hier unten. Hab ich ja das richtige Wohnhaus ausgebaut. Kann ich das noch abbrechen? Vielleicht kriege ich da ein bisschen was wieder. Wir brauchen nochmal das hier aus. Äh, da. Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Zwei Vorposten also. Angriff! Lehrt sie das Fürchten! Heureka! Ich hoffe, hier links ist nichts. Ich hab auch keine Lust jetzt zu gucken. Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich! Hehehehe. Das ist cool. Ich mag Mary. Die hat nette Fähigkeiten. Für euch doch immer. Ja! Wieso, mein Guter? Ja! Ja, mein Herr. Sofort! Ich zeige euch den Weg. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Feinde greifen euch an. Angriff! Lehrt sie das Fürchten! Für Ruhm und Ehre wird gemacht. Gerr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden. Ja! Hier oben werden wir sicherlich auch wieder einen Turm vorfinden. Wir erledigen das. Oder nicht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Bis in den Tod. Attacke! Ja, mein Herr. Ja, ja! Ich tue mein Bestes. Verteiligt euch. Ihr werdet angegriffen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ach du Scheiße. Bis in den Tod. Lauft nur, lauft so schnell ihr könnt. Wird gemacht. Ja. Abgemacht. Bis in den Tod. Ihr wollt ein Gegner sein. Scheiße, die sollen nicht sterben. Komm, ein bisschen Schlagkraft jetzt. Oh, die haben einfach so viel bessere Einheiten als wir. 37 Lieferungen? Freunde. Freunde. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Freunde. Bereit für ein Tänzchen? Aber gern. Armer Wurm. Einer eurer Hilden wird angegriffen. Angriff. Ergreift sie. Gerne. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ach du Scheiße. Ich hasse diese Mission. Attacke. Natürlich. Gleich kracht's. Nichts lieber als das. Verteilt ich euch. Ihr werdet angegriffen. Und die wieder als Ablenkung. Und jetzt runter hier. Gerne. So. Was haben wir denn hier? Ja. Ja mein Herr. Für euch doch immer. Ich glaube. Natürlich. Spürt diese Klinge. Ihr seid uns doch nicht annähernd gewachsen. Jetzt seid ihr dran. Ich meine das wäre ja ein Traum eines Balancings wenn wir das schaffen würden. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Na gut. Wir haben drei Hellen. Vielleicht schaffen wir es doch. Aber. Pfff. Wieso haben wir denn die letzte Brücke sprengen? Ah. Unsere Bogenschützen sind endgültig tot. So. Ja Herr. Wir kümmern uns darum. Mache ich. Für euch doch immer. Aber sicher. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dann machen wir mal das. Ich hoffe wir kriegen das noch hin. Wahrscheinlich nicht. Ist das nicht wundervoll? Ja geht so. Ach das hätten wir später machen müssen. Scheiß drauf. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Armer Wurz. Ich brauche eure Hilfe. Freunde. Kriecht zurück in eure Leiche aus denen ihr gekommen seid. Ich glaub das kriegen wir nur aufgrund unserer Helden. Dadurch dass sie nicht richtig angreifen. Verteiligt euch. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Mensch. Erzähl mir was Neues. 37 Lieferung. Scheiße. Gerne. Sofort. Mit Vergnügen. Gerne. Natürlich. Erzähl mir was Neues ey. Forschung abgeschlossen. Geil. Zeh. 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 Vielen Dank.